ich begrüße dich und ich freue mich dass du da bist lass uns in die karten schauen das ist heute mein zweiter versuch denn ich habe schon ein video ausgenommen aber mit der schwarze unterlage das hat also wahnsinnig war das dunkel und wenn ich das hell gemacht habe hat es gespiegelt also lasst uns schauen an dem heutigen portaltag warum geht es hier heute wie du siehst also heute bringe ich diese wundervolle taro karten mit ja so wir schauen jetzt mal was ist der haupt thema bei eurem seelen zwilling also ich habe mich entschieden diese karten heute auch zu nehmen sie sind auch von kiro machetti und ja also sind jetzt nicht die lelemann sondern die taro karten also es geht wirklich darum dass dein seelen zwilling also ganz viele ideen hat also der hat ideen wie er auf dich zukommen könnte er macht sich darüber gedanken am liebsten am liebsten würde er ja natürlich alles hinter sich lassen und würde es also in deine richtung gehen es zeigt sich auch hier dass er alles hinter sich lassen würde und dennoch spielt hier auch der vollmond natürlich auch eine rolle vielleicht würde sich dann auch am liebsten aus seinen jetzigen situation bewegen hat ganz viele ideen und und das spielt hier auch eine rolle wie er das ganze auch wirklich umsetzen könnte der macht sich starke gedanken ja also ist halt da kommt auch eine unglaublich gefühlsvolle energie aber der ist noch nicht so dass er die wirklich noch 100 prozent auch umsetzen kann so was fühlte denn im herzen dein dein zwilling dein zwilling fühlt im herzen ja diese leidenschaft diesen feuer was in dir in dir brennt also das ist also unglaublich seid ihr bei der so unglaublich feurig also wie du siehst also es ist sehr viel in bewegung sehr viel bewegt sich hier also in seinem herzen also die schnelle entwicklung ist da auch da vielleicht hat sich da auch sehr viel bewegt aber um so schnell diese entwicklung auch da ist umso mehr herz schmerz hatte denn auch hier denn auch tag zu tag wie er sich also zu dir bewegen möchte also tag zu tag stellt es ihm schwerer das ganze zurückzuhalten oder jetzt nicht mehr in deine richtung zu gehen also das ist also wirklich ganz 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 komisch also bei deinem zwilling was was ist denn noch bei ihm also auf jeden fall geht es hier darum dass du in seinem herzen bist die herrscherin also du bist die herrscherin die auch reif ist die auch gebären kann die auch hier den mutter symbolisiert die pure weiblichkeit symbolisiert die heilung symbolisiert die reife symbolisiert die auch wirklich noch hier als hohe priesterin sich zeigt also so mystisch ist vielleicht auch dinge erschafft dinge zulässt also all diese all diese positive energie zeigt sich noch mal in im herzen für dich bei deinem selenzwilling und es zeigt sich auch hier auf jeden fall die der schicksalsrat also es wird sich also auf jeden fall schicksalhaft heute entwickeln mit diesem schicksalhafte energie was jetzt auch hier wirklich da ist also sowas schicksalhaftes das heißt ja es ist entwickelt sich weiter und die so portaltage können ihm auch dazu bewegen und es zeigt sich hier die zwei schwerter also das heißt er hat so stück weit sein herz verschlossen aber schicksalhaft wird was passieren was ihm hier auch wirklich ja die augen öffnet für deinen selenzwilling ist eine karte gefallen es zeigt sich hier auch wirklich ja dass hier die königin ne der ast der schwerter also das heißt also er möchte das mit ihr am liebsten klären nicht die königin also der ast der schwerter am liebsten möchte er mit ihr das klären und da zeigt sich auch wirklich der ast der stäbe das symbolisiert hier dass er wirklich ja in der gespräch mit ihr gehen möchte auf der kopfebene was ich hier auf der kopfebene sehe ihm ist das jetzt wirklich klar dass es hier eine ausgleich stattfinden sollte und dass er wirklich aus dieser situation rausgehen soll und wenn du dich fragst wie kannst du ihm jetzt wirklich dabei unterstützen natürlich kannst du auch gedanklich bestimmte gedanken auch für ihn zu senden aber nicht nur das sondern du kannst du auch wirklich energetisch ihm was zukommen lassen ich biete ja natürlich auch diesen energie kreis heute an mit reiki groß gerade und nicht gerade und natürlich kannst du dann halt auch dabei sein aber wir schauen jetzt mal warum diese herz also so schwer bei ihm ist wir bitten jetzt um einige klärung bei deinem selenzwilling warum ist das so so schwer es zeigt sich hier noch eine gewisse abhängigkeit also in erster linie hat er angst ja dass er irgendwie eine abhängigkeit in sich in abhängigkeit begibt oder es ist noch irgendeine abhängigkeit wovon er sich befreien soll also im grunde es entwickeln sich die ereignisse heute überschlagen sich auch die ereignisse auch wenn die energie jetzt im geduld ist bei deinem gegenüber bei deinem zwilling wird also einiges passieren wie ich das sehe ist der schicksalsrat auch da ja so das ist wie so ein tickende der uhr und es zeigt sich auch hier also hier die schlange also die transformation wie du siehst die schlange steht auch für transformation jetzt so gesehen also es müssen bestimmte dinge hier heute losgelassen werden damit das mit euch weitergeht damit er seinen herz öffnen kann und für die herz öffnung ist gefallen ja der ass der ass der stäbe also das heißt er bekommt hier wirklich die möglichkeit und er kann hier aus seine jetzige situation aus seinem verschlossenen herzen aufsteigen so wie ein phoenix aus der asche wie so ein salamander er kann also wirklich dieses gefühl in sich hochsteigen lassen und er kann hier wirklich auch wenn er jetzt noch nicht motiviert ist aber wie du siehst er hat ja hier göttliche begleitung also hier die sind auch die fackeln hier die ihm den weg zeigen dass der auch wirklich weiter geht in deine richtung mit ihr das lehrt und natürlich dass ihr auch eine lösung für euer thema auch miteinander findet ja und was sehe ich denn jetzt wenn er auf dich zukommt wenn er auf dich zukommt auf jeden fall wird er hier also der kelchkönig oh schau mal diese karte an ist die nicht schön wird der kelchkönig sein er wird dir sein gefühl zeigen er wird dir das sagen und auf jeden fall geht es hier auch darum ja dass er also dir auch ein kompliment macht dir auch wirklich sagt wie toll du bist also auf jeden fall gibt es hier entwicklung und ja und fünfte schwerte symbolisiert noch mal so ein kampf vielleicht auch einen inneren kampf so mit sich selber dass er das überwinden sollte ich hoffe du hast dich hier wiedergefunden mit deine zwillingsflamme wenn das der fall war lass mir ein like da lass mir ein abo da oder ein kommentar da freue ich mich sehr ich sage danke und bis bald bis bald